Die Zahlen a gleich 2 hoch 39, b gleich 3 hoch 26 und c gleich 10 hoch 13 erfüllen eine dieser fünf doppelten Ungleichheiten. Frage, welche? Der Exponent von der Zahl a, diese 39, kann zerlegt werden in 3 mal 13. Also ist a gleich zu 2 hoch 3, das Ganze hoch 13. Also 8 hoch 13. Der Exponent 26 von der Zahl b kann zerlegt werden in 2 mal 13. Also ist b gleich 9 hoch 13. Und c ist gleich 10 hoch 13. Die drei Exponenten sind gleich und die Basen 8, 9 und 10 stehen in dieser Reihenfolge wie in a. Dem zufolge gilt, dass a streng kleiner ist als b und b streng kleiner ist als c. Also ist Antwort a die richtige.